Okay, das Ding geht, meine Freunde. Schau mal. Lalalala, lalalala, lala, lala, lalalala, lalalala. Er ist ein ganz netter Mensch, nur wenn ich euch das sag. Immer freundlich zu jeder Zeit, weil er die Leute halt so gern mag. Und trotzdem hat er keinen guten Ruf, wegen seinem Beruf. Ihm ist wichtig, dass ein Person eine hohe Stellung hat. VIP ist und prominent, für ein Andere ist er sich zu schott. Weil er geht tiefgründig auf jeden ein. Das muss halt so sein. Das muss halt so sein. Er ist ein Arschkröller, ich gasse dir bei Ola. Der Arschkröller ist dir, der steht nicht vor. Ein Arschkröller, das alles keiner nennt. Er ist nicht blöd, ja, ist nicht blöd. Weil es so leichter geht. Bei mir am Doktor, da lasst ihr nicht locker, wenn da was zu holen ist. Soll was zu treten lasst, immer am Hocker und hofft, dass ihr das nicht vergisst. Und bei mir am Doktor, da geht's noch viel besser. Da ist er kein Diktantri. Und seine Chancen, die sind ja immer größer, dass er kriegt, was er verdient. Weil es wird ja immer nur ungeregter. Und in Zeiten immer schlechter. Er ist ein Arschkröller, ich gasse dir bei Ola. Der Arschkröller ist dir, der steht nicht vor. Er ist ein Arschkröller, was eines keiner nennt. Er ist nicht blöd, ja, ist nicht blöd. Weil es so leichter geht. Und er ist nicht blöd, ja, ist nicht blöd. Und er ist nicht blöd, ja, ist nicht blöd. Er ist nicht blöd, die ist nicht blöd. Er ist ein Arschkröller, was anders kann er nicht, er ist nicht blöd, ja er ist nicht blöd, ich weiß es so. Er ist ein Arschkröller, ich weiß nicht, wie viel Ohr, der Arschkröller ist der nicht ständig Wort. Ein Arschkröller, was anders kann er nicht, er ist nicht blöd, ja er ist nicht blöd, ich weiß es so. Viel leichter geht. Vielen Dank.